Was geht ab? Mein Name ist Lars Unlimited, a.k.a. Fat Lace, a.k.a. ich hänge im Backstage und ihr seid bei JDs Rap-Blog. Okay, also herzlich willkommen in Köln zum Interview mit JDs Rap-Blog. Kurz vor dem Gig hier in Köln, hast du Bock? Voll, Köln ist auf jeden Fall eine meiner Favorite Cities. Ich habe ja hier zum Beispiel auch Black Book aufgenommen, deswegen ich mag Köln sehr. Letztes Jahr haben wir hier schon gespielt in derselben Location, das habe ich sehr gut in Erinnerung. Ich habe Bock. Ist die Tour für dich eigentlich auch so eine willkommene Abwechslung? Du warst wahrscheinlich lange im Studio, aber natürlich auch mit Savas auf Tour. Aber ist es so, die endlich raus aus dem Studio, Album fertig und jetzt auf Tour und alle Leuten zeigen? Also Abwechslung ist nicht so richtig, weil ich, wie du ja schon sagst, eigentlich den ganzen Sommer auch mit Savas unterwegs war. Davor waren wir auf Liga-Tour, dazwischen hatte ich auch noch ein paar Solo-Gigs. Also Abwechslung würde ich jetzt, wie gesagt, deswegen nicht so sagen. Es ist schon mittlerweile der normale Ablauf, aber ich habe immer Bock. Also ich mag es sehr, im Studio zu sein. Ich mag es aber auch sehr, unterwegs zu sein. Wir haben letztens auch mal die Frage gestellt, was finden wir geiler und ich konnte es echt nicht sagen. Also ich mag es sehr, im Studio zu sein, mein eigenes Ding zu haben, meinen eigenen Vibe dazu kreieren. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich jetzt auch, diesen Wahnsinn den Leuten zu zeigen. Von daher ist all good. Du warst vorher im Studio, du warst auf Tour, du bist jetzt wieder auf Tour. Im Dezember und Januar ist es ja wieder, mit Savas auf die X-Mis-Tour zu gehen. Sehenst du nicht da unglaublich den Urlaub herbei oder sagst du, das ist geil, ich will eigentlich das ganze Jahr so durchziehen? Also es gibt definitiv Tage, wo man so vielleicht, gerade wenn man halt krank wird, so vor ein paar Tagen bin ich zum Beispiel ein bisschen erkältet gewesen, da wird es dann schon teilweise manchmal so ein bisschen anstrengend und man denkt sich so, jetzt mal einen Tag im Bett chillen, wäre schon cool. Aber man muss dazu sagen, man hat ja auch ab und zu immer mal einen Off-Day oder so und ich brauche jetzt auch nicht unbedingt drei Wochen Urlaub, um mich dann wieder davon zu erholen. Ich habe sehr viel Spaß an dem, was ich mache. Ich freue mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das habe zu machen und ich kann mein ganzes Leben noch chillen, wenn es danach geht. Ich bin ja nicht hier, weil mich irgendeiner zwingt oder so, sondern einfach, weil ich jetzt die Möglichkeit dazu habe. Und das will ich natürlich auch nutzen. Wenn das dann getan ist, dann kann ich auch nochmal Urlaub machen. Okay, kommen wir zum Album. Das ist jetzt seit zwei Tagen quasi, mit heute zwei Tage draußen. Wie ist so das Feedback ausgefallen bisher, was du mitbekommen hast? Also ich habe Feedback natürlich jetzt eigentlich fast nur übers Internet bekommen und natürlich auch von ein paar Leuten, die ich halt jetzt gestern schon auf den Konzerten getroffen habe und so weiter. Und ich muss sagen, das Feedback ist eigentlich sehr, sehr gut ausgefallen. Also alles das, was bei mir gelandet ist, ich habe eigentlich von dem Album, habe ich nicht eine schlechte Resonanz gehört bis jetzt. Und warte, lass mich überlegen. Nein, nicht eine schlechte Resonanz. Es gab halt im Vorfeld, hat so der ein oder andere sich über das ein oder andere Video vielleicht beschwert oder ein bisschen abgefuckt, aber ansonsten war eigentlich alles positiv. Wie ist es im Vergleich zu Blackbook, von der Herangehensweise, abgesehen von der Thematik, hast du da irgendwas verändert, so studiomäßig oder anders aufgenommen, anders geschrieben? Also von der Herangehensweise oder von der Umsetzungsweise, wie man die Songs aufnimmt, hat sich eigentlich nichts geändert. Da mache ich eigentlich immer noch alles gleich. Ich gehe in das Studio rein und arbeite da an meiner Musik. So, ich habe dieses Mal, ist das Album eigentlich komplett auch im Studio entstanden. Das heißt, ich habe bei Monroe in der Booth gehaust und habe dort quasi die Sachen geschrieben und dann halt auch direkt aufgenommen. Das war diesmal ein sehr guter Vibe, der für mich sehr gut funktioniert hat. Blackbook war im Prinzip ähnlich. Da habe ich halt tagsüber und nachts im Hotelzimmer geschrieben und bin dann zwischendurch aufnehmen gegangen und habe das ganze Ding in zwei Wochen halt so runtergerockt. Und diesmal waren es halt drei Wochen. Und nö, es war diesmal ein bisschen, ich sage mal so, von der Herangehensweise von den Texten. Ich wollte diesmal nicht die ganze Zeit halt über diesen Rapper Lars reden, weil das habe ich die zwei Alben davor sehr, sehr viel gemacht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, so der nächste King, der Backpack-Chef und so weiter. Ich hatte das Gefühl, das wissen die Leute jetzt auch mal. Man kann jetzt auch mal anfangen, mit anderen Sachen zu kommen, zumal ich halt auch wusste, dass es diesmal wirklich Leute gibt, die das Album sich auch anhören werden. So, das erste Mal ist es so diese Situation, wo man weiß, da ist eine kleine Basis von Fans so. Die haben da Bock drauf und die hören mir auch zu. Und da hat es dann für mich Sinn gemacht, persönlichere Sachen zu erzählen. Und ich hatte da auch eh Bock drauf. Und ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied so. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Ich rappe immer noch, ich lege sehr viel Wert auf Technik, auf Doppelreime, auf Wortspielereien und so weiter und so fort. Das ist immer noch alles ein sehr großer Hauptbestandteil. Und von daher ist eigentlich ziemlich viel gleich geblieben, nur halt einfach nochmal wieder aufs nächste Level gesteppt. Du hast es schon angesprochen, das ist wesentlich persönlicher als vorher. War das für dich eine Überwindung, weil man so ja auch Angriffsfläche bietet, wenn man persönliche Dinge erzählt? Nein, ich muss mich da eigentlich nicht dazu überwinden. Mir fällt sowas teilweise sogar noch leichter als diese krassen Splitter-Dinger. Weil die halt einfach, da überlege ich halt 10 Millionen Jahre. Und bei solchen persönlichen Sachen weiß man ja eigentlich, was man erzählen will. Weißt du, es gibt ja diese Story, so wie sie ist. Und also teilweise die Dinger schreibe ich dann halt einfach auch runter. Weißt du, das geht mir eigentlich ziemlich leicht von der Hand. Ich habe halt ein bisschen gebraucht natürlich, so bis man auf diesem Level war, wo man solche persönlichen Sachen machen kann, ohne dass sie cheesy klingen. Vieles ist dann halt, wenn man das die ersten Male schreibt, ist es halt dann noch so ein bisschen so, okay, das hat mir halt persönlich nie so gefallen und dann habe ich solche Tracks auch nie so richtig veröffentlicht. Aber jetzt habe ich halt eine Art gefunden oder eine Weise gefunden, wo ich einfach persönliche Sachen erzählen kann, sodass es für mich aber trotzdem immer noch nach einem geilen Rap-Track klingt. Wir machen ja immer noch Rap, es muss immer noch Unterhaltung sein. Ich mache ja hier keine Seelentherapie oder so für mich. Ich finde es halt immer wichtig, dass man persönliche Sachen auch erzählt. Auch das muss gar nicht ein zusammenhängender Text sein. So Savas hat sowas zum Beispiel ja auch immer sehr viel zwischen den Zeilen gemacht. Und ich finde sowas cool, wenn man das Gefühl hat, man hört diesen Künstler und man hat immer, man denkt, man kennt ihn schon persönlich, obwohl man ihn noch nie getroffen hat. Das fand ich immer eigentlich bei den Rappern, die ich früher gehört habe, sehr, sehr interessant. Und deswegen war das auch immer so eine Sache, wo ich gesagt habe, da möchte ich auch selber als Künstler meine Hörer hinführen. Gab es einen bestimmten Punkt, an dem du dich entschieden hast, das Album wird jetzt wesentlich persönlicher als vorher? Eigentlich, also ich habe mir vorher, bevor ich diesmal ins Studio gegangen bin, war eigentlich mein einziges Ziel, ich will erstmal irgendwas anders machen. Also ich will definitiv nicht wieder mit dem gleichen Kram um die Ecke kommen wie letztes Mal, aber das wäre mir zu langweilig gewesen. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um da halt hinzukommen, auch so gedanklich einfach. Da habe ich schon sehr viel Vorarbeit, sonst hätte ich das Album auch nicht in diesen drei Wochen dann halt durchrocknen können. Das bedarf schon ein bisschen so Vorarbeit, aber mir war schon von relativ, also relativ am Anfang war mir schon bewusst, okay, ich will was Persönlicheres machen. Und dann hatte ich halt auch schon ziemlich am Anfang diesen Titel und da war halt auch klar so, okay, ich gehe einfach ganz bewusst auch in eine Zeit zurück, wo Rap halt noch nicht so präsent in meinem Leben war. Einfach auch, um nicht wieder in diese Falle zu kommen, dass man doch wieder über Rap die ganze Zeit erzählt. Weil wenn man halt jemand ist wie ich, der einfach seit 15 Jahren jetzt, die letzten 15 Jahre damit verbracht hat, so auf Rap-Konzerte zu gehen und sich damit zu beschäftigen, Platten zu kaufen und so weiter und immer halt in diesem Film ist, dann ist das natürlich immer sehr, sehr präsent. Und deswegen bin ich bewusst einfach da zurückgegangen, um einfach auch mal andere Sachen zu erzählen und den Menschen einfach hinter dieser Rap-Person auch ein bisschen greifbarer zu machen. Okay, das Album heißt ja im Herzen Kind. Mit dem Erfolgsdruck, den du hast, auf Touren zu gehen, ein Album aufzunehmen, wünscht man sich da nicht auch ganz speziell wirklich nochmal Kind zu sein und so einen Druck gar nicht zu spüren? Du hast, glaube ich, bei Visavi erzählt, im Wald zu gehen, in deiner Gegend, in deiner alten Gegend, da hatte man alles. Aber ja, wie gesagt, ist es so, dass du gerne oft im Herzen Kind, also wirklich auch Kind wärst? Nein, also ich bin schon froh, dass ich jetzt in dem Alter bin, in dem ich bin und die Sachen machen kann, die ich mache. Weil als Kind ist es ja auch so, natürlich, du hast halt diese Freiheit, aber es sind ja auch immer noch deine Eltern da oder irgendwelche Erwachsenen, die sagen, nein, das darfst du jetzt aber nicht. Und das hat mich immer als Kind sehr abgefuckt, deswegen, das fällt ja jetzt alles weg. Jetzt bin ich im Endeffekt wie ein großes Kind, was immer noch so diesen selben Spirit oder diesen selben Geist halt hat oder diese selbe Leidenschaft auch für bestimmte Dinge. Aber ich kann alles machen, was ich will, ja, und ich bin dafür selber verantwortlich. Das macht mich ja erwachsen, dadurch, dass ich sage, ich mache bestimmte Dinge und übernehme dafür die Verantwortung. So, das ist für mich Erwachsen sein, so weißt du. Und ich bin da sehr, ich bin vollkommen zufrieden, so wie es ist und ich traue dieser Zeit nicht nach. Das war auch nie mein Anliegen, das mit dem Album so rüberzubringen. Oh, ich wäre lieber gerne wieder Kind. Das heißt einfach nur, für mich, was ist es halt, ich habe gemerkt, in meinem Leben ist das mit eine der wichtigsten Sachen so, weißt du, dass ich mir das bewahrt habe, so diese kindliche Faszination auch, dass man sich für eine Sache so begeistern kann, dass man alles zur Seite schiebt, dass man nur noch daran denkt und diesen Traum verfolgt. Das ist ja eine Sache, die leider, wenn man halt immer älter wird im Erwachsenenalter, geht die halt immer ein bisschen mehr verloren, weil halt andere Verpflichtungen dazu kommen. Man hat irgendwie auf einmal Freundin, Freundin, einen Job und so weiter. Und dann kann man sich nicht mehr um diesen Traum so kümmern, weißt du. Und bei mir ist das immer alles, ich habe alles immer zur Seite geschoben, nur um diese eine Sache machen zu können. Und das ist eben aus dieser Leidenschaft halt raus entstanden. Deswegen im Herzen Kind. Was wäre für dich jetzt der nächste Schritt? Du hast Black Book in Ferne gemacht, Black Book und jetzt im Herzen Kind, was ja nochmal, wie du schon gesagt hast, in der nächste Ebene ist. Was wäre das Nächste, was kommt? Also jetzt ist definitiv erstmal Touren angesagt. Ich mache jetzt die im Herzen Kind Solo-Tour, die hat ja gestern quasi angefangen und läuft jetzt auch noch bis, ich glaube sogar Mitte Dezember. Und danach geht es dann ja auch schon ziemlich bald auf die Weihnachtstour mit Savas. Und ich will aber eigentlich, also ich habe schon seit ich eigentlich angefangen habe zu rappen, will ich immer so ein Mixtape machen. Ich habe es leider nie geschafft, weil diese Mixtapes immer Alben geworden sind, komischerweise. Und ja, das ist eigentlich mein nächstes anvisiertes Ziel, wirklich mal ein Mixtape zu machen. Und ich hoffe, ich schaffe es, ansonsten wird es wieder ein Album. Wie könnte so ein Mixtape für dich klingen oder was muss es ausmachen? Also Mixtape ist für mich einfach nicht jetzt so ausgearbeitete Songs, sondern einfach, man nimmt sich irgendwie ein Beat, worauf man gerade Bock hat, irgendein Army-Ding oder ich hätte auch Bock, ein paar deutsche Beats vielleicht mal zu picken, weil das auch halt nicht so viele Leute machen. Und dann einfach ein 16er, ein 32er spitten. Ne Hook, mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Ich mache lieber schon den nächsten 16er. Und ja, man macht sich einfach locker. Man hat einfach eine gute Zeit und versucht einfach so eine kleine Momentaufnahme. Also für mich wäre so ein Mixtape wirklich, ich gehe ins Studio, wir machen die Beats an und dann gucken, was passiert. So weißt du, und zwei Wochen später kommt man raus und dann wird alles, das, was aufgenommen ist, da drauf geballert, geil gemixt. Ich habe jetzt einen neuen DJ, mein Mann Saint One. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wäre es für dich auch eine Option zu produzieren? Also Savas hat ja beispielsweise jetzt auch für dich mit Monroe zusammen produziert und den Heißer Winter gemacht. Wäre es für dich auch eine Option zu sagen, ich produziere jetzt mal mein eigenes Album oder gehe los und schicke Beats raus? Also ich glaube eher nicht, weil dafür sind einfach so viele Leute in meinem Umfeld, die so krasse Beats machen, dass mir das schon dann peinlich auch wäre. Und ich wüsste, ich müsste jetzt auf jeden Fall mich fünf Jahre mindestens hinsetzen, um irgendwie auf ein cooles Level zu kommen. Bei Savas ist das so, der hat das einfach auch schon früher, der hat auch schon Beats gemacht, so weißt du. Seine ersten Sachen hat er ja auch alle selber produziert. Das heißt, der ist schon sehr vertraut damit, so weißt du. Der setzt sich kurz im Hotel hin und macht boom, tschak, boom, boom, tschak. Und dann hat er halt schon ein Beat, so. Das kann ich gar nicht, so weißt du. Also ich müsste mich da erstmal reinfuchsen und ich bin auch wirklich so ein Technik-Spaß, die, dass ich halt einfach, ja, also ich bin froh, dass ich weiß, wie ich mein Handy benutze, dass ich da was twittern kann, so ja. Bis ich jetzt eine MPC bedienen kann, das würde schon ein bisschen dauern. Und ich habe auch einfach gar nicht die Zeit. Das ist einfach so. Also ich könnte mir vorstellen, so aus Hobby-mäßig irgendwann so eine MPC mir einfach dann irgendwie in den Keller zu stellen und dann so für mich einfach so ein bisschen boom, tschak zu machen. Aber ich bin jetzt da ambitioniert irgendwie auf einmal Lars Unlimited Produce bei Lars Unlimited. Das wird, glaube ich, nicht so schnell passieren. Danke. Kommen wir zum Leidig-Thema. Hauen tausendmal gefragt, Kollege. Du hast dem Song Heißer Winter ja auch nochmal gesagt, ist alles cool. Du hast ihn auf den Splash getroffen, da hast du auch ganz normal Hallo gesagt. Möchte man mit Songs oder auch dem Album klar sagen, ey, komm weg davon. Dieser Hate, den man auch bekommt bei YouTube oder bei MC, dem tollen Forum, das muss nicht sein, hört auf. Ich bin Rapper und hört sich heute übrigens die Musik an und hört einfach auf. Also ich glaube, diese Kids da draußen, die kann man eh nicht beeinflussen. Die schreiben und machen und tun, was sie wollen. Und das sollen die auch machen, die sollen sich ruhig ausleben. Das sind junge Menschen, die müssen auch eine so eine bestimmte Meinung vertreten. Ich kann das auch alles nachvollziehen. Der Grund, warum ich jetzt da nicht mehr drauf rumreite und die ganze Zeit Kollegah disses raushaue, ist einfach, weil, guck mal, der hat mich halt in Interviews eine Zeit lang immer erwähnt und hat halt immer versucht zu sticheln und so weiter. Und dann habe ich halt einmal zurückgestichelt und habe halt meine Sicht der Dinge gesagt und habe das gesagt, was ich zu sagen hatte. Und ab dem Moment war es für mich eigentlich gegessen so. Ich hatte halt auch Blackbook, weil es halt auch lustig war und man halt hier und da, man war eh in diesem Film drin, da war das halt ja auch alles noch ein bisschen präsenter. Da hat man halt hier und da auch nochmal eine witzige Line irgendwie verpackt. Aber jetzt im Endeffekt, ich beschäftige mich damit ja auch nicht so viel und es hat einfach in meinem Leben jetzt nicht so viel, es hat nichts mit meinem Leben zu tun, so weißt du. Ich kenne diesen Menschen auch nicht persönlich. Der hat mir persönlich auch nichts getan. Der hat mich als Rapper beleidigt. Ja, das gehört halt dazu. Beleidige mich als Rapper, ich beleidige dich als Rapper zurück oder schieß halt zurück. Und damit ist für mich die Sache gegessen. Was soll ich jetzt hier immer noch sitzen und disses halt raus? Und das wäre für mich halt behindert, so weißt du. Und von daher habe ich halt gesagt, so jetzt diese eine Line, weißt du, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, gehen die Drinks auf mich, so. Weil für mich, whatever, so, weißt du. Ich habe ja, ich kenne den nicht, ich habe kein persönliches Problem. Und wie gesagt, was die Kids im Internet schreiben, ist deren Sache. Das ist jetzt nicht, damit die jetzt alle aufhören, weil ich denke, oh, es wird zu viel, ich komme damit nicht mehr klar. Das kriege ich ja auch nicht so richtig mit. Ich gucke jetzt ab und zu mal und habe auch gesehen, dass da wieder sehr viele geschrieben haben. Aber wie gesagt, die machen eh, was sie wollen, so, weißt du. Und ich wollte damit einfach nur kurz zeigen, weil mir ja auch viele so vorgeworfen haben, so, ich will mich daran hochziehen oder ich bin der, der ständig diesen Beef startet, so. Ah, ich habe den Beef nicht gestartet, so, weißt du. Und ich war aber jetzt der, der ihn beendet hat, so, weißt du. Ich habe einfach gesagt, scheiß drauf, Alter. Und für mich ist das Thema damit dann auch gegessen. Trotzdem mal einen Blick zurück. Würdest du im Nachhinein was anders machen? Also würdest du da nicht drauf reagieren und sagen, ey, scheiß drauf, lass ihn reden? Nö, ich finde, das als Rapper sollte man schon so ecken. Also gerade wenn man, ich meine gut, wenn man jetzt so ein Rapper ist, der sagt, nein, ich mache nur poetische Poesie-Rap-Sachen, dann sollte man vielleicht die Finger davon lassen. Aber ich war ja immer jemand, der gesagt hat, ich bin ein Rapper, ich battle auch, ich komme auch aus dieser Generation, wo man halt noch richtig auf einer Bühne gebattelt hat damals. Das läuft halt heute alles anders. Aber dieses Battle-Ding war immer ein Teil von meinem Rap und ich finde das auch cool. Das ist cooles Entertainment. Und solange das halt nicht irgendwie in Gewalt ausartet, gehört das einfach dazu. Das ist cool. Und von daher würde ich das auf jeden Fall jederzeit wieder so machen. Okay. Dann werden wir das Thema auch besser hier. Du hast schon gesagt, die Touren kommen jetzt. Dann vielleicht ein Mixtape, was so dein Ziel wäre. Aber ein Collabo-Album hast du bisher als eins gemacht. Könntest du dir da auch vorstellen? Rano? Informiert. Könntest du dir vorstellen, auch noch ein zweites zu machen? Und wenn ja, mit wem? Hast du schon Pläne? Oder jemand im Kopf? Nein, ich habe da noch keine Pläne. Sowas ist halt auch immer, das musste ich halt wirklich... Also bevor man ein Album zusammen macht mit einer Person, da müssen sehr, sehr viele Faktoren stimmen. Allein halt zeitlich muss es halt... Bei mir ging es ja, geht es ja die ganze Zeit jetzt darum, ich musste meine eigene Karriere erstmal vorantreiben, musste halt erstmal gucken, dass ich überhaupt mir meine Basis aufbaue, damit die Leute auch ganz klar wissen, so das ist Lars Unlimited. Bevor man dann mit einem Collabo-Album kommt und die denken, man ist halt irgendeine Band oder so, weil sie einen gar nicht kennen. Und wie gesagt, wir haben damals, habe ich mit Rano Meisterwerk gemacht, das ist ein sehr geiles Album geworden, das war auch ein cooler Prozess, das zu machen. Aber jetzt aktuell ist da nichts geplant. Also ich will das nicht ausschließen, dass das irgendwann passiert mit dem einen oder anderen. Es gibt sicher Künstler, mit denen man das machen könnte, aber aktuell ist da jetzt nichts geplant. Um mal ein paar Namen in den Raum zu werfen, mit Urge könnte man sowas ja machen. Gleiches Label. Hast du auch bei ihm im Studio, glaube ich, was gemacht. Wäre das was? Ja, Urge ist aber immer unpünktlich. Das ist das Problem bei dem Urge. Ich würde das gerne machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er immer zu spät kommt. Nein, mit Urge könnte ich natürlich mir das vorstellen, aber Urge hat ja auch sehr, sehr viele Sachen zu tun und ich weiß auch nicht, ob er es sich mit mir vorstellen könnte. Nein. Du willst jetzt ein paar Namen hören, mit denen ich das machen könnte? Ey, also ich habe ja schon mit vielen Künstlern zusammengearbeitet und mit dem könnte ich mir mit jedem Einzelnen das vorstellen, weil ich mit denen auch allen halt befreundet bin und so weiter und so fort. Aber da muss man wirklich gucken. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich, sobald ich Alben schreibe, ich habe ja auch nie immer so viele Features, weil ich auch sehr egoistisch bin, wenn es um eigene Tracks geht, dann, also ich bin dann schon so, wenn ich einen geilen Beat höre, dann will ich unbedingt da auch den möglichst besten Track alleine draus machen und ich muss mich da mal drauf einstellen, so einfach auch, dass man mit mehreren Leuten Musik macht, so weißt du, ich komme halt auch daher, dadurch, dass ich halt aus einer etwas kleineren Stadt komme, dann nach Hamburg gegangen bin, da auch ein Einzelkämpfer die ganze Zeit war und deswegen war ich auch nie so in diesem Mode drin, mit anderen Leuten Musik zu machen. Es gibt ja Leute, Zawas zum Beispiel hat immer sehr viel mit anderen Leuten gearbeitet, weil er das halt auch einfach sehr mag, so weißt du. Aber bei mir war das nicht so. Ich habe immer zu Hause meine Songs oder im Studio meine Solo-Songs halt gemacht und höchstens mal Leute als Feature dazugeholt und mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Ich werde auch weiterhin Features machen, natürlich. Aber wie gesagt, jetzt Kollabo-Album ist immer echt eine schwere Sache. Was wäre mit genreübergreifenden Künstlern? Zawas hat jetzt mit Xavier Naidu was gemacht. Könntest du dir was mit Moe vorstellen? Oder Leon Taylor hast du zum Beispiel auch auf dem Album. Wäre das was, so dass man zwei Musikrichtungen koppelt? So was finde ich auch sehr cool, mit einem Sänger zusammenzuarbeiten. Also ich finde dieses Zawas-Sache, finde ich ein super Konzept so. Und sicherlich mit Moe habe ich auch schon ein sehr, sehr cooles Ding gemacht. Wir haben sogar mehrere Songs, aber den Hauptsächlichen, den man kennt, ist wahrscheinlich Beautiful und Let's The Go natürlich. Ja, also das ist alles vorstellbar. Wenn der Vibe stimmt sowieso. Also ich bin auch ein großer Gesangsfan. Ich mag eh sehr viel, ich höre sehr viel Soul, ich höre sehr viel R'n'B. Ich mag das sehr und ich könnte mir sowas auf jeden Fall, würde ich auch gerne machen. Ja, sind wir am Ende. Vielen Dank für das Interview und ja, die letzten Worte gehören natürlich dir. Alles klar, ich habe auf jeden Fall auch zu danken. Mein Name ist Lars Unlimited und ich bin gerade auf Im Herzen Kind Tour und ich habe ein neues Album, welches heißt Im Herzen Kind und falls ihr das noch nicht ausgecheckt habt, dann checkt es einfach. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview. Wir sehen uns auf Tour. Checkt JD's Rap-Blog Beste wo gibt. Lars Unlimited, peace! Ich habe eine kleine Frage, wo meine Kinder sind. So, hier riecht es nach Pizza. Boah, ich habe Hunger. Boah, das sieht richtig aus. Boah,cu Bis zum nächsten Mal.